WALT. 404. Das ist das Zeichen für WALT. Und vier aber auch. Eins, zwei, drei, vier und gleichzeitig WALT. Ja, wegen W wie WALT. W wie WALT. Schön, dass ihr noch da seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Vielleicht seid ihr immer so früh wach, weil ihr Kinder habt, die Bäcker sind. Ist möglich. Ist das eine Konstellation, die denkbar ist oder nicht? So. Oh Gott. Ich finde auch alles irgendwann super witzig. Ich sehe auch nur noch so Gläser. Ich sehe wenigstens Milchglas alles. Ich konnte gerade eben, ich konnte wirklich, ich konnte das nicht mehr erkennen. Ich konnte einfach nicht mehr. Mein Gehirn hat. Mein Gehirn ist auch so komplett auf Leerlauf gerade. Ich bin so so. Oh Gott, das ist so fürchterlich. Schlafentzug hat dieselbe Wirkung wie Alkohol. Entweder alle um eine rumschlafen. Fünf, sechs guten Bier. Also große Bier. Große Bier auf jeden Fall. Oh, vielleicht fange ich gleich an mit Bier trinken. Das könnte mich retten. Ja, du hast gerade gesagt, du kackst gleich ab. Du bleibst so lang, wie du Bock hast. Aber wenn du gehen willst, sagst du Bescheid. Ja, ich werde dir noch kurz zugucken. Das Problem ist, dass es mega viel Spaß macht, aber das mir auch so. Ich habe immer so einen kleinen Engel auf der Schulter sitzen, der sagt, du musst noch in deinen NH-Vault. Aber was ist denn mit Late Checkout? Hast du das nicht? Das hat man sich nicht gegönnt. Guck mal hier. Wir laufen hier durch diese übrigens wunderschöne Titen befallene Höhle und das ist ja auch mal eine Erwähnung wert. So. Oh, wieder ein Lump. Der hat ja gar keine Health mehr. Ich bin zu weit weg für diese Pistole. Guck mal, wie der einfach fünfmal daneben schießt. Weil sie einen dummen Helmer fährt, mit dem sie nichts sieht. Weil sie mal dagegen atmet und dann sieht sie nichts. Das war wie in einem schlechten Film. Das war hier wie bei Tarantino. Ey, der Typ steht hier und ich gucke. Wie bei einem schlechten Film, wie bei Tarantino. Ja. Das ist ja auch immer die Referenz für schlechte Filme. Vor allem für schlechte Schießereien. So, aber das... War eher so nackte Kanonen mäßig. Ja, das ist korrekt. Ähm... Wilder Gruf. Oh, was ist jetzt schon explodiert? Schnell raus hier. Äh, wir sind, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Richtung Papa. Papa. Jumpe, ne? Papa. Papas Pizza. Papas Pizza. Oh. Was? Nehmt sie auseinander. Jetzt geht's los. Die Liebezeit. Diese, ey, diese Sprachsamples. Ich liebe das Spiel. Ich hab's auf Englisch gespielt, ne? Aber durch deutschen Samples ist es ja nicht zu fassen. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Das geht wirklich nicht. Also, da muss man noch mal ran. Ach, du Liebezeit. Wer ist denn hier... Was hat er denn für so ein halb perverses... Macho-Cosplay... Frischfleisch! 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 Das ist... Da platzt die Tür auf. Da! Ah ja. Da! Die klingt wie eine Karikatur. Was ist denn das? Da! Ne, ne, ne. Man kann so ein tolles Spiel nicht mit so einer Synchro belästigen. Ja, aber das war vor acht Jahren noch alles anders. Ich glaub, das wird jetzt auch bei Vierer noch mal ganz anders. Ja, da geh ich schwer von aus. Ich mein, in Zeiten, wo Moritz Bleibdruhers neue Just-Cos synchronisiert, da kann's nur geil werden. Ich kann mich nicht mehr wehren. Wer hat Moritz bei uns zu Gast? Ich kann leider nicht zulassen, dass du schlecht... Das war ja total Ironie befreit. Achso. Stimmt, weil das... Du hast verliebt. Du hast verliebt. Der war hier zu Gast. Ja, doch. Auch im Vault. Nein, nicht im Vault. Das war vor der Apokalypse. Achso. Da haben wir ihn noch gekriegt. Jetzt ist er ja... Ghoul. Ghoul. Und da kriegst du ihn ja nicht mehr. Okay, also... Was ist hier eigentlich los? Ich nehm mal einfach ein paar Granaten mit Stimpaks mit. Und, ähm... Mir fallen mega wenig Wortspiele mit Ghoul ein. Ich ärgere mich über mich selber. Ja, es ist aber auch ganz bewusst... Es liegt ja, es ist ja Uhrzeit zu schulden. Der ist ganz bewusst gewählter Name, damit die nicht gehänselt werden können. Hänselssicherer Name. Äh, Splittergranate. Und die... Boah, jetzt nicht. Ganz ehrlich, ich glaub, das war grad der schlechteste Kampf, die... Der kommt auf mich zu und ich... Der schlechteste Kampf nicht. Ich wusste einfach nicht mehr, was ich machen. Der war einfach schon so dicht dran. Und ich konnte einfach nicht mehr... Mir fiel keine Lösung ein. So. Da war's doch grad rot. Achso. Ja, wahrscheinlich wieder irgendein Nacktmull auf einer Kakerlake reitend. Oder halt zwei. Die haben doch wieder hier irgendwas... Die haben doch wieder irgendwas angestellt, die zwei. Man erkennt schon an der Kamerafahrt, ob das ein Erfolg ist. Das ist nicht immer ganz, ganz befriedigend. Er trauert noch. Aber... Aber wir lassen ihn nicht lange trauern, weil Trauer ist scheiße. Äh... Aber wie heilig er umgefallen ist. Nach hinten einfach geknickt. Er war sehr geknickt. Boah. Der war gut, ne? Hammer. Der war richtig, richtig gut. Man merkt das. Die Qualität nimmt zu. So, ähm... Was ist das denn hier? Kannst du mal eben ganz kurz... Warte mal. Was denn? Ich hab mal irgendwie... Ich hab grad was am Schuh irgendwie... Ähm... Hat wieder dein Schuh vibriert? Weil... Ich muss ja irgendwie an die Sohle ran. Kannst du mal mit meinem Schuh telefonieren? Ja, ich telefonier mal mit deinem Schuh. Ja? Hallo Schuh. Hallo Herr Kunesch. Moin Sie. Na? Was geht? Ralle. Ralle. Moin. Warum bist du denn eigentlich noch wach? Äh... Ich war ziemlich lang beim Gön zu Hause und... Ah. Ich hab gedacht, du hast trainiert. Ja, und hab gedacht, ich guck euch mal zu. Mhm. Das Problem ist nur, ich kann mich ja gar nicht von euch lösen. Ja, weil wir eine mega geile Show machen, ne? Ja. Ja. Absolut, absolut. Die Mega-Show. Ich find's großartig. Vielen Dank für den Rückruf an dieser Stelle übrigens. Ja, bitteschön. Du bist jetzt live in der Sendung, Herr Gudesch. Um Gottes willen. Um Gottes willen. Ja, ein bisschen... Jetzt bin ich ein bisschen erfüllt. Stehst du jetzt unter Druck? Ein bisschen. Aber du hast nichts getrunken, Ralf, oder? Hast du getrunken, Ralf? Ihr Sportler trinkt doch nicht. Ein bisschen Spezi. Ja, Spezi. Ein bisschen Schuss-Spezi. Das ist immer, wenn du... Aber Spezi ohne Koffein, sonst kann ich gar nicht schlafen. Ja, aber du kannst ja auch nicht schlafen, weil wir so geile Typen sind. Das ist ja das Problem. Du willst gar nicht wissen, wie ich hier in meinem Bett mit dem iPad auf meinem Schuh sitze und wo ich lausche. Tja, wir sind die Alternative zur Pornografie. Äh, ja. Ja. Das lasse ich jetzt einmal mal so stehen. Muss man. Ralf! Sag mal, Max, was ist mit dir? Machst du jetzt eigentlich durch oder machst du gleich schlapp? Ich weiß nicht. Ich muss noch mal in NH-Volt. Mal gucken, ob die da auch so ein Late-Track-Out-Volt-Dinge haben. Muss ich noch klären. Aber ich kann mich auch so schwer vom Nils lösen. Ich wollte eigentlich schon für vier Stunden gehen. Dann habe ich gesagt, komm. Das kann ich. Aber wenn ich dir mal einen Tipp geben darf, wie man Nils am besten umgeht, dann wird er die beste Leistung. Nicht in die Seite pieksen, vergiss es, Ralf. Lass ihn spielen und dann machst du deinen Zeigefinger steif und sobald er off-topic quatscht, steckst du den Finger zwischen die Rippen, weil dann konzentriert er sich sofort wieder aufs Spiel und dann, äh, ja. Aber ich mag ja, wenn Nils abweicht. Aber ich mache es dann für dich. Das ist nicht FIFA, ne, Ralf? Du machst es nicht für mich, du machst es für die Community. Guck mal, da hängt sogar da hinten was. Wir wollen Nils ja gewinnen sehen. Stimmt. Wir gucken gerade auf deinen Namen. Du bist die Nummer 26. Ja, ich habe lange Zeit die Nummer 26 gehabt, deswegen, äh, deswegen habe ich das. Du, Ralf. Habe ich das? Ja? Ich kriege einen Anruf auf der anderen Leitung. Das glaube ich dir nicht. Das ist immer ganz schlecht. Oder mach doch, ich habe, äh, schlechte, äh, äh. Ja, wenn er, äh, so eine Volt, die macht, was er will, ne? Deswegen, äh, ehr, 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 ehr. Das war Ralf Gunesch. Das war Ralf Gunesch. Ja, ähm. Zeit für Waffen. Dass der noch wach ist, der Mann, das hätte ich aber jetzt echt nicht erwartet. Der ist eigentlich immer als Sportler. Ja, der ist doch schon seit vier Stunden bestimmt im Trainingslager und muss schon wieder um den Platz drehen. Oh, da ist er. Ey, sollen wir einfach, um Ralf in der Sendung zu haben, die Gule immer Ralf nennen jetzt? Ralf Gulesch? Ralf Gulesch? Da haben wir doch unser Wortspiel. Ja! Ralf Gulesch! So lange endlich wird das alles gut. Ey, ich finde um die Uhrzeit auch alles witzig. Gib mir eine Runde Mario Bade, ich lache mich kaputt. Nein, der ist morgen auch noch toll. Ralf Gulesch ist morgen auch noch super. Ich muss jetzt immer lachen. Oh Gott, wenn die noch so ein Trikot anheben, so von Ingolstadt, das wäre super. So, ich will einen Mod haben, wo alle cool sind. Bitte! Gulesch, 26 Gulesch. Und so Stollenschuhe, ey. Besser als Perman. Die Attacke ist, die hauen nicht mehr die Grätschen einen dann so um. Ach Gott. Ja, großartig. Ah, so Ralf. Ach, der gute Ralf. Ralf ist ein guter. So. Oh Mann. Oh Gott. Oh. Wo muss ich eigentlich jetzt lang? Ich habe keine Ahnung, Mann. Ist doch egal. Ist doch egal. So dieser Punkt, wo dann ist es so egal. Ich glaube links, wa? Irgendwo meinst du? Nee, aber das Muckelchen zeigt mir eigentlich. Was ist denn? Der ist unter uns. Ja, aber oben ist der prinzipiell schon mal richtig, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Ja, da oben ist er wieder. Was machst du denn da oben Party oder was? Ist das ein Rave? Der ist auf dem Rave. Was ist denn? Der hat sich auf den Falschen zugestellt. Der ist immer noch. S-Bahn-Surfen für Lame. Ey, warst du schon wieder S-Bahn-Surfen, Ralf? Nein, Mama. Ich schwöre. Ich glaube, ich habe schon so bedrohende WhatsApp-Nachrichten bekommen. Nee, noch nicht. Macht keine Witze über mich. Sonst grätsch ich euch um. Kommt so, wäre so geil, wenn der Gutes jetzt reinkommt und einfach so in die Fresse tritt. Das wäre echt geil. Damit endet die Show. Und das war's. Das war's. Der kommt so ein Punkt zwölf rein und haut die einfach in die Fresse. Aber ganz ehrlich, wenn der Reif sich im Privatjet mietet und jetzt da losfährt in Bayern, dann ist der hier bis zum Saisonende. Also bis zum Sendungsende. Bis zum Saisonende. Da ist noch viel. Da hat sich sehr viel Zeit gelassen. Ja. Wo warst du denn noch? War doch in Mailand. Was ist denn? Wieso treffe ich den denn jetzt nicht? Ah, jetzt. Sehr gut. Das ist total die Wagenburg hier. Guck mal. Da ist noch wieder so ein Ding. Aber die haben so an Bedrohlichkeit verloren mittlerweile. Das ist echt zu begrüßen. Echt schade. Nee, das ist echt gut. Weil früher habe ich echt mit dem Losen gemacht. So. Wie lange der immer nachlädt bei diesem Ding. Das ist echt erstaunlich. Okay, warte mal. Sind wir noch auf der richtigen Bahn? Wir müssen nach links. Ähm. Da müssen wir hin. Das sieht mir nicht richtig aus. Das Feierabend. Mist, ey. Und hier sind wir gekommen, ne? Oder? Ja. Ja, klar. Müssen wir ja. Ja, dann bleibt nur die Hoffnung, dass... Ich habe die letzten zwei Minuten überhaupt nicht gecheckt, was passiert. Wirklich. Äh, ja. Wir haben mit Ralf telefoniert. Das habe ich noch mitbekommen. Aber so jetzt gerade im Spiel intern. Nee, wir laufen einfach völlig raus gerade gewesen. Wir töten einfach hier die Gule die ganze Zeit. Und wir finden schon irgendwie den... Wer ist das denn? Die haben einfach eine schöne Dame. Einfach eine schöne Dame. Eine feine Maid. Einfach dahin gerafft. Äh, die Talon Company. Chinesische Pistole. Chinesische Pistole. Super witzig. Ja. Das ist... Oh, warte mal. Ein Stimpacky-Pack. Und ein bisschen Munition. Hier ist echt alles verstrahlt. Ey, vielleicht zählte ich nochmal. Das ist eine sehr gute Idee. Da hat man gar keine Lust zu, dass man jetzt auf einmal stirbt und dann... Dann nochmal den Spaß machen. Boah. Aber wir sind... Was heißt, wir sind... Du bist ja bis dato noch nicht gestorben, oder? Wir sind... Das stimmt. Oh, fast. Das war knapp. Übrigens, falls ihr euch fragt, wo Simon ist... Der hat... Wir haben vorhin noch Scherze gemacht über diese polnischen Abgänge von Simon. Und wir haben schon wieder... Ey! Ey! Sauber! Ähm, es ist wieder Level-Up-Zeit. Das heißt, wir schießen mal wieder ein Straw Paul raus. Jetzt wird er gepostet im Chat. Geht nochmal schnell in den Chat. Und, ähm... Ähm... Entscheidet euch. So, während wir jetzt hier mal klarkommen. Pass auf, wir machen mal reparieren. Endlich mal auf 50, oder? Aber die Mandeln da gelassen. Ja, zum Glück. Das ist von den Kretschmas, ne? Die seit über 500 Jahren immer, weil die genetisch gesehen defekte Mandeln haben. Früher, später müssen die alle die Mandeln rausgenommen bekommen. Und das ist so... Die sammeln die dann alle. Aber wenn das immer so schmeckt, würde ich einen Krankenhaus leerräumen dazu. Ja, das ist zum Beispiel von Simons Urgroß. Vater, die Mandeln. Mh. Dietrich machen wir mal auf... Das ist mannische Gesetz auch. Ja, mannische... Mannische Vererbungslehre, das stimmt. Ähm... Wissenschaft. Dann kommen wir damit so auf 70, Alter. Das ist mal weg von mir. Dann machen wir... Dietrich noch... Machen wir noch einen von Reparieren. Auf Dietrich. Und dann können wir nämlich beides schon mit 70... Mit unseren Klamotten. Auf 70 bringen. Und dann müssen wir uns irgendwann... Eigentlich müssen wir uns auch mal... Ne, weißt du was? Komm. Wir machen das anders. Wir lassen das so. Und geben nochmal 10 auf kleine Waffen. So, weil wir müssen jetzt gut schießen können. So. Ähm... Ihr Lieben. Es ist wieder Perkzeit. Also, wir haben... Schatzsucher. Hatten wir vorhin schon. Wir haben nichts Neues bekommen. Erst Ablevel... Was? 16? Ne. Echt? Ne. Ne, hier. Da kommen die noch. Okay. Ähm... Ralf Gunner schrieb... Ich schreibe einfach ganz entspannt mit... Und irgendwann wird dein Pferdekopf in deinem Bett liegen. Oder irgendwie sowas. Vielleicht doch nur ein Schoko- oder Osterhase ohne Ohren. Was ist denn Ralfs Chatname eigentlich? Ralf. Ist Ralf... Das ist halt tatsächlich Ralf. Ralf the real one. Ähm... Genau. Und nochmal ganz kurz die Perks durchgehen. Das ist immer wichtig. Also Schatzsucher brauchen wir, glaube ich, wirklich nicht so unbedingt. Ähm... Revolvermann hatten wir uns, glaube ich, auch ein bisschen entgegen entschieden. Wobei wir echt jetzt die ganze letzte Zeit mit einem... Viel mit Einladenwaffen gespielt haben. Windhund... Wollen wir nicht. Brauchen wir nicht. Insektenforscher... Ne, brauchen wir auch nicht. Eisenfaust brauchen wir auch nicht. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Ähm... Brauchen wir auch nicht. Intensive Training tatsächlich wäre jetzt mal eine gute Wahl. Brauchen wir auch nicht. Also ich bin für Intensive Training. Ähm... Aber mal... Das strahlt uns doch eh schon die ganze Zeit an. What? Nix. Das strahlt uns an? Das strahlt uns an. Ähm... Wir schauen jetzt mal bitte auf den Straw Pole. Ähm... Was ist dabei rausgekommen? Ey, Intensive Training. Ihr seid ja krass. Echt jetzt? Ja! Ey, das war eins mit mir und den Menschen. Oh, Mann. Unser Chat ist super gut. Toll. Intensive Training. Nice. Cool, Leute. Ähm... Was machen wir jetzt? Jetzt können wir nämlich ein... Ähm... Special weiter ausbilden. Ähm... Entweder wir nehmen... Ah, Wahrnehmung ist nicht so schlecht. Ausdauer ist auch ganz nice. Aber ich glaube, Beweglichkeit ist ganz cool, weil dann kriegen wir ja mehr Wettspunkte. Ich bin für Beweglichkeit. Ist das okay mit dir? Sehr gern. Komm, machen wir mehr. Auf deiner Seite bin ich da. Mach es rein. Komm. Einlogge jetzt hier. Eingeloggt. Wird los jetzt. Wird richtig nice hier. Sehr gut. Ähm... Cool, 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 cool. Gehst mal das Trepple runter, schaust mal, was ohne ist. Von wo sind wir denn gekommen? Ich weiß es nicht. Nee, wir sind von... Wir sind bis von links hinten gekommen. Du kannst da runtergehen. Ah, von da. Ja, genau. Mit dem Trepple. Trepple. Heißt Ralf wirklich Ralf im Chat? Weißt du das? In welchem Chat? Ich habe ihn ja nur... Im Twitch-Chat? Ich weiß nicht, ob Ralf sich da rumtreibt. Warum denn nicht? Ich glaube, Ralf ist eher so ein Zuschauer... Also eher so ein stiller Zuschauer. Er hat uns doch gerade in der Sendung angerufen. Das machen noch stille Zuschauer nicht. Ja, der ist halt besonders laut. Er würde sich nicht mit der Chat-Lautstärke zufrieden geben. Er will dann schon extrem laut sein. Stell dir mal vor, das wäre so wie bei WhatsApp, dass im Twitch-Chat auf einmal auch Sprachnachrichten erlaubt sind. Das wäre das geilste. Das wäre das beste Feature überhaupt. Ja, es wäre auch so, nach einer Minute würde man auch gar nicht... Würde man keinen Schaum spucken. Ich schlag das direkt mal... Ich will das auch. Ich habe das aber schon immer... Ich habe gedacht, wie witzig wäre eigentlich Twitter nur mit Sprache. Ja. Und dann geht man so durch und dann hört man immer so... Megageile Sachen. So wie, sei leise! Ja, das ist auch eine gute Idee. Audio-Twitter. Audio-Tweet. Audio-Twitter. Auditter. Tvaudio. Ja. Klar, es ist völlig naheliegend so. Tvaudio klingt wie so ein völlig bescheuertes Auto auch. Wie eine Mischung aus Twingo und Audi. Der neue Tvaudio. Wir haben das Beste zusammengeführt. Audi und den Twingo. Weil das beste Auto der Welt ist ja bekanntermaßen der Twingo. Der Twingo war das beste Auto. Der hatte damals schon vor 20 Jahren so ein digitales... Hat er wirklich in der digitalen... Gasgebe-Anzeige, wie heißt das? Ja, eine Geschwindigkeitsanzeige. Geschwindigkeitsanzeige. Hat er wirklich schon immer gehabt. Und er hatte immer diesen... Hier die, ähm... Ne? Warn... Warnanweise. Warnanweise war immer diese rote Kugel, die aussah wie so ein Spielball. Ja, genau. Ich wollte ihn immer als Kind rausziehen. So, weil meine Babysitterin damals... Die hatte den Twingo, oder was? Ja, den Twingo und hat mich immer rumgefahren. Ich wollte immer dieses Ding rausziehen. Das ist mir in Erinnerung geblieben. Das ist mir in Erinnerung geblieben. Natürlich. Nö. Das hat sich bis heute auch nicht geändert. Wir haben doch noch unser Metro-Ticket, ne? Wir können ihn hier echt gefahren. Wir können jetzt... Jetzt machen wir das geil. Okay, jetzt brauchen wir echt... Ich hab richtig Bock drauf, die Scheiße schon wieder zu verhauen. Alter, das ist ja echt so unfassbar. Oh Mann, das ist doch das Mürbendste auf dem ganzen Planeten. Oh Gott. Null von acht! Null von acht! Ja, aber das ist doch ein guter Hinweis. Dann weiß man wenigstens, was alles falsch ist. Dann kannst du alles mit innen... Guck mal, die ganzen in-Dinger hier. Ja, das sind alle weg. Nein, 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 den kannst du alle ausschließen. Das Cemetery geht auch nicht. Overseer... Warum geht der in Cemetery nicht? Weil da das E war. Aber Overseer geht doch, oder? Wo ist denn da das... Ach, das stimmt. Das vierte E. Oh, was? Overseer auch nicht? Overseer war eins korrekt. Okay, Interieur raus. Insert raus. In-Welt... Was ist denn... Warte, warte, warte. Abgleicht. Nee, das E. Das vierte E. Das vierte E. Raus, weg. Servitor. Servitor. Warte, 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 warte. Da ist auf jeden Fall nichts drin, oder? Nee. Äh, warte mal, warte, warte mal. Nee, oder? Warte, 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 warte. Das könnte sein. Nee, einer? Es muss ja einer stimmen. Das ist R. Ja, das ist R. Ja, wir haben's. Wir haben's. Ja. Boah, geile Typen. Geil gelöst. Ja. So läuft das. Die Brainis, ey. Super krass. Ey, ganz ehrlich, mein Gehirn fängt doch wieder an zu arbeiten. Jetzt fällt's langsam wieder auf. Ich hab Bock auf Schule jetzt. Komm, wir gehen jetzt in die Schule. Irgendwo. Können wir nicht so... Irgendwann eine Schule auch. Gibt's nicht irgendwie so... Gibt's nicht so Live-Schule, die du jetzt anschalten kannst übers Internet, wo man einfach... So wie bei der Simpsons Zukunftsfolge. Wo du... Ja, wo du so teilnehmen kannst. Du hast drei Pepsi, du hast sechs Pepsi und trinkst davon drei. Wie viel hast du? Ja, kleines Mädchen drüben in Manasota. Pepsi? Teilweise richtig. Was hab ich hier eigentlich gerade gemacht? Hab ich hier... Ach, da ist er. Aber wir... Ey, haben wir noch ein Metro-Ticket? Sag mal schnell. Nicht, dass wir hier ohne Ticket sind. Metro-Sicherheitsprotokoll... Du hast doch vorhin eins genommen. Ja, ich weiß, aber das ist ja von anderen Stationen gewesen. Wenn ihr das jetzt genau überprüft... Das genau überprüft. Sie sind doch mal da hinten eingeschrieben. Entschuldigen Sie bitte, Sie haben das falsche Metro-Ticket. Sie haben dieses... Ey, er stammt weg. Er lässt uns in Ruhe. Billard, Kühl, Schachtel, Zigaretten. Der hat die Splittergranate noch in der Hand. Er starb mit der Granate in der Hand. Und... Aber wir haben... Omega-Tödliche Gewalt. Omega-Tödliche Gewalt. Das sind alles so geiles Songtitel auch. Omega-Tödliche Gewalt. Ich hätte mal richtig Bock, so ein Massiv-Album zu schreiben. Oh, da hätte ich auch... Da darf ich auch... Da musst du nicht denken, da musst du nur so... Da musst du nicht denken, da musst du nur so... Kann ich als Co-Writer dabei sein? Ja, sehr gerne. Aber ich glaube, das ist... Aber da gibt es noch die Hürde, die heißt Massiv. Ich glaube nicht, dass der... Hey, hier der Nils und ich, wir zwei haben richtig Bock. Pass mal auf, wir schreiben dir so ein richtig... Was wollt ihr? Ja... Was wollt ihr? Nein, nein, nein. Was willst du? Das ist die Frage. Die große Frage ist Massiv. Was willst du eigentlich? Willst du das erfolgreichste Rapper-Album aller Zeiten oder willst du es dich? Das musst du entscheiden. Oder wir machen unseren eigenen Rapper, wir nennen den Lassiv. Und der ist halt sehr cool. Der ist halt sehr cool. Sehr cool, der hängt immer ziemlich viel rum auch. Wieso nicht? Ja. Hey. Alles ist möglich. Bitte weiter. Ey, da hinten hat einer kein Ticket. Nein, nein, eine Anrichtung. Der hat kein Ticket da hinten. Bring den um jetzt. Der hat kein Ticket. Ich hatte ein Ticket. Erinnerst du dich? Der hat kein Ticket. Aber findest du es nicht auch ein bisschen krass, dass Maschinen gebaut wurden, die Menschen sofort töten, wenn sie kein Ticket haben? Ja. Also... Das ist nicht ein Asimov-Sinn. Auf jeden Fall. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Immer diese Raider, die mit einem Punkt noch überleben wollen. Ah, ah. Nein. Ey, ich bin super enttäuscht von diesem Fahrkarten-Kontrolleur. Der kann da gar nichts aushalten. Echt, ey. Aber das gibt mir Mut für die nächste Fahrkarten-Kontrolle im Zug. Wurdest du schon mal beim Schwarzfahren erwischt? Ne, das liegt aber daran, dass ich tatsächlich völlig ironiefreihe. Ich bin noch nicht schwarz gefahren. Ich auch nicht. Ich bin ein super krasser Schisser, was das angeht. Und heute Morgen wollte ich, als ich in Zug gest... Also ich musste nämlich mit der... Ich hatte zwar ein Zugticket von Frankfurt nach hier, Hamburg, aber ich hatte keins von meiner Haustür nach Frankfurt. Und da war ich so... Wirklich hab ich mir gedacht, so weit hatte ich so einen kurzen Outlaw-Moment, da hab ich gedacht, ey komm, heute ziehst du keins. Und dann stand ich da und dachte so, ach komm, ziehst du lieber doch eins. Und was passiert? Ich wurde kontrolliert. Von vier Kontrolleuren gleichzeitig. Die hab ich umzingelt und haben gesagt, du, Mensch, Ticket zeigen. Aber das Geile ist, jetzt hast du die nötige Kredibilität und auch Gangster-Rap zu machen. Wieso? Ja, weil du jetzt auch mit dem Gesetz in Konflikt geraten bist. Ja, aber ich hab ja gezogen. Ach du... Ich hab doch noch... Die Waffe gezogen. Ich hab die Waffe gezogen. Also das müsst ihr auch noch erklären. Ich muss relativ schnell hier weg gleich, weil ich werd gerade gesucht. Nein, ich hab Dings... Ich hab dann doch noch ein Ticket gezogen in der letzten Sekunde. Ah, okay. Weil ich Angst hatte. Du... Aber das geht mir ganz genau so. Ich bin so ein Schisser. Wenn die S-Bahn einfährt... Dann überleg ich mir, ob ich das Ticket noch ziehe und die S-Bahn verpasse. Mhm. Weil mich stresst das, ohne Ticket zu fahren. Das stresst mich. Voll. Das ist mir die drei Euro nicht wert. Also andersrum. Ja, ich weiß, was du meinst. Genau. Der Gegenwert des Stresses ist... Das ist mir... Das ist einfach so. Das ist... Ja. Aber was... Also meinst du das mit... Ich zahl auch lieber zehn Euro mehr und steig nicht nochmal um auf einer langen Fahrt. Ja, das mach ich auch. Also das ist so das Schlimmste auf der Welt, weil dann... Ich muss drei Stunden umsteigen, da bin ich schon unruhig. Darf ich dich mal kurz was fragen? Kann das sein, dass wir hier schon mal waren? Ja. Exakt an dieser Stelle? Ja. Kann das sein, dass wir die ganze Zeit einfach dumm im Kreis rumgelaufen sind? Ich weiß auch nicht, was du machst. Ich weiß es auch nicht. Aber exakt hier waren wir schon. Das ist doch nicht mein Ernst. Ja, dein Ernst ist es nicht. Was haben wir denn gemacht? Ja, du warst doch irgendwo draußen. Wir waren hier schon. Ja, das weiß ich doch nicht. Was ist denn... Warum liegt denn das Ding mitten in dem Nirgendwo? Ach doch, was du willst. Ey, summe mal im Ernst. Ich weiß... Ich hasse diese Metro-Kacke, ey. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich lang muss. Warum gehen wir denn nicht an der Oberfläche lang? Weil das... Wir können doch nicht... Das Spiel ist so schön. Wir laufen nur von einem Quatsch in den Tunnel in den nächsten. Ich will auch nicht in diesen Tunnel rein. Ich hasse das hier. Ich fühl mich hier auch nicht wohl. Ja, da will doch keiner sein. Oh, das ist ja wohl so zum Kotzen, ey. Das ist echt verkackt, ey. Wo ist jetzt der verfickte Ausgang? Mann! Entschuldigen Sie? Nee, im Ernst. Das ist doch nichts zu fassen, ey. Jetzt sind wir gestrandet in dieser Metro. Ich komm hier nicht mehr raus. Wo ist jetzt der Ausgang? Alter Schwede, ey. Ja, geh doch mal... Das sieht doch gut aus. Ja, aber da waren wir doch überall schon. Weiß ich nicht. Muss ja jetzt nicht laut werden. Ich hab's nicht gebaut. Wer hat die denn erfunden, diese Metro? Mann! Das... Ey, was ist das? Wilde Kojoten. Wilde Kojoten sagen uns, dass wir Werbung... Achso. Hier, bissige Kojoten. In der Untergrund-Kojoten sind das. Das sind Untergrund-Kojoten. Das ist auch ein guter Bandname, finde ich. Die Untergrund-Kojoten? Ja. Komm, wir sind die Untergrund-Kojoten. Die Untergrund-Kojoten. Wollen wir ganz kurz nochmal den ersten Song proben und dann lassen wir kurz Werbung machen. Okay, wir proben. Wir proben die Untergrund-Kojoten. Passt nur auf, was wir gleich für einen geilen Song mitbringen aus der Werbung. Und das ist unser Zeichen. Das ist... Wunderkund-Kojonen. 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 Es wird nicht besser. Bis gleich. Tschüss. Wunderkund-Kojonen. Wunderkund-Kojonen. Wunderkund-Kojonen.